Ja! Ich glaube wohl kaum, ihn noch auf irgendeine Weise zu finden. Ich wollte unbedingt seine Arbeit zu Ende führen. Eine Antwort auf die Infektion zu finden und dann den Hive kontaktieren. Den Hive? Wahrscheinlich ist es der Tongleich, ne, dieser Hive? Wir sind am Tomp, Freunde, oder? Ist das hier der Tomp? Hier brauchen wir eigentlich gar keine Lampe. Im Himmels, was muss ich denn hier jetzt machen? Ein Holzbrett. Da war doch gerade irgendwas, was ich untersuchen konnte, oder? Wenn er als Beton war, war er wahrscheinlich in der Abwasserkammer eingesetzt. Ziemlich schwer. Muss man das da oben irgendwie runterbekommen, oder? Oh, guck mal! Aha! Da ist ein Schalter! Moment, da hab ich eine Idee. Was rüttelt hier? Oh, das ist nur das Brett. Einen Moment. So. Hallo? Bleib schon. Juhu! Perfekt. Höchst! Ja. Ich glaube, wir sind noch ein Schalter. Ich bin noch ein Schalter. What the fuck? Seine Kehle ist so gut wie weg. Der armer Kerl sieht nicht nach einem sanften Tod aus. Der bewegt sich noch. Daum, daum, daum. Hä? Der bewegt sich echt noch? Der ist nicht tot. Der lebt noch. Oh, Leute, guckt mal da. Da ist ein Artefakt. Moment. Yes! Oh, guck mal, da ist was. Ich bin froh, dass dieser Felsen nicht auf mich gefallen ist. Oh, den kann man sogar. Ich bin froh, daum, 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 daum. Okay, good news. A Cure-Cure? Doch, das war wirklich cool! Wait a minute! Oh, guck mal! Da ist ein Fehler drin! Wild! Haha! Weht ihr das? Da ist ein Fehler! Super! Constructions! Ah, toll! Geht nicht! Aha! Die Tür ist offen! Dann würde ich sagen, ab nach draußen! Eine Heilmethode! Ich hatte meine Zweifel, aber keine Wahl! Ich entschloss... Mch! Amabel zu finden und alles wieder richtig zu stellen! Hä, Samal? Da steht MCH! Mch! Hier sind überall Sprachfehler! Uh! Brrrr! Oh! I'm not actually cold, you understand? I'm just trying to make you feel better! Ah! Very inefficient thing, your brain! Gives off lots of heat! Okay! Scheiße! Was soll ich machen? Hier ist eine Brücke! Laufen! Na toll! Ah! Ja, zum Feuerzeug! Ah! Ja, zum Feuerzeug! Ah! 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 ... schon mit mobil agerischem ok! Mit dem zöcklichen Arm da Juhuu Ich glaube ich kann das wie ein Klang werden Woll, kann ich den als Müll benutzen? Server! Stürb! Was müssen wir jetzt machen? Ich bin auf jeden Fall nicht zu lange draußen geblieben Ah, warte mal ist die schon Ist da unten noch was? Eine Kiste? Hey, lass mich raus, Mann! Ne, kann ja auch nichts Gut Okay Warte Und schon Und jetzt schnell hier rein Und schon Werfer Cool So, das muss ich jetzt wahrscheinlich Hä? Hä? Yeah 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 Hm This Shred He's plashed it all over your mind Like a garish wallpaper He wanted to die and He 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 We wouldn't let him He 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 A place if you know what I mean Weird smell Excuse me a minute I'm gonna go give you a memory of him a good kickin' Mhm Hilfe Nein, hier geht's nicht um Ah Da eine Tür, 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 Tür Ein großer Haufen Schnee und Eis Ich werde nicht mit meinen Händen auf die Seite rein Lass mich rein Voll...volle Benzin? Fässer? Moment Äh... Reaktion Lappen Jetzt anziehen Ah! Alkohol! Yeah! Wart es? Ich wärme mich noch mal schnell auf Ui! Ah! Oh! Aufhören! Okay! Müssen wir die nicht verlochen? Und die Schienehälse? Schieb den mal rein! Ich mach das jetzt grad mal ein bisschen öfters, weil... Jo! Und schnell weg! Jo! Schwarzer Rauch! Moment! So, und jetzt komm ich hier rein! Okay Leute, dann würde ich sagen, sehen wir uns bei der nächsten Folge wieder. Ciao!